So, wir sind nochmal kurz da. Ich habe gerade mal kurz wieder einen Abkacker gehabt, aber eigentlich war es den ganzen Abend gut. Hoffen wir mal, dass es jetzt nochmal so bleibt. Die nächste paar Minuten. Damit der Markt nicht denkt, dass ich Volker erst verliere. Er hat einen Abkacker, das ist übrigens nichts Besorgniserregend. Das sind nur kleine bis mittelschwere Herzinfarkte. Wieso geht der schon wieder? Ich tue hier nicht auf, Alter. Ich drehe durch. Wir wollen dich nicht. Wir hassen dich. Warum? Wow, halt. Warum habe ich eigentlich keinen Sound gerade an WoW? Warum ist denn der jetzt fort? Hier funktioniert echt gar nichts mehr, glaube ich. Hm. Was zur Hölle, warum habe ich keinen Ton mehr? Muss ich WoW neu starten oder wie? Oder habe ich irgendwie... Wie hättest du das geschaltet? Nee. Würde ich dich auch nicht hören. Aber ich habe gerade überlegt, ob ich... Keine Ahnung. I have no sound in WoW. Also, Mark hat die mir in den Städtenstädten. Ich glaube, ich muss mal kurz aus dem Game raus. Otto. Mark, glaubst du mir, ich habe die letzte Zeit echt relativ chillig reagiert. Deswegen wollte ich auch morgens streamen, weil da hat es immer gut funktioniert. Und auch der Nachmittagsseite war es auch gut. Da heißt es, irgendwelche Überlastungen bei uns? Keine Ahnung. Hm. Aber das mit der... Der... Der Dingens... Äh... Äh... Ja, und der muss auf die Fresse kriegen. Achso, als ich das gesagt habe, hier, ich muss meinem Nachbar auf die Fresse geben. Den Fliesenleger. Der fällt ganz am Anfang von 50 Stunden. Okay. So, jetzt habe ich auch den Lumpesäckel da tot gemacht. Moment. Da ist er gleich fort. So, jetzt habe ich ihn. Gott, da hat er noch einer. Ah. Aber wie viele Parts waren das vorhin denn? Ich gucke mal kurz bei Discord. Wie oft es denn abgebrochen ist? Wohl, gar nicht mal so oft. Ja, es waren vier Parts dadurch. Ist jetzt der vierte Part quasi. Aber ich habe keinen Ton die ganze Zeit. Okay, jetzt sind wir hier raus. Was haben wir jetzt? Sollen wir noch weitermachen oder? Ich bin nicht hier gerade am mitlaufen mit diesen ganzen anderen. Aber ich muss trotzdem mal kurz raus. Ich habe die ganze Zeit keinen Sound im Spiel. Ich muss kurz neu starten. Kannst du nein? Muss nicht. Wieso? Drück Escape. Escape? Option. Ja. Und das Audio-System. Ach so, kann man... Dann wählst du das Ausgabegerät aus. Ah, ich kenne es von MortenBlade, der war da muss ich immer rausgehen. So, wo, 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 wo. Gerät. Ausgabegerät. Das ist wahrscheinlich Standard-Einstellung oder so. Ja, immer noch nichts. Wäre mal irgendein anderes aus und dann zurück auf dieses. Ah, ist das wie bei... Discord. Nee, immer noch nicht. Der hat einfach mein Audio-Hardware nicht geladen. Ich gehe kurz raus. Ich lade kurz neu. Ich sehe übrigens da vorne noch die Quest zum Abgeben. Ich latsche da gleich hin, wenn ich... Marc, ich werde niemals funktionierende Technik haben. Das soll nicht sein. Das soll nicht sein. Ich soll leiden. Klar ist, dass du einfach keine schönen Sachen haben. Kenne ich auch das Gefühl. Einfach immer weitermachen. Irgendwann ist es besser. Weiter, weiter, immer weiter. Ja, siehst du, wenn du wie Olli Kahn weiter weitermarschst, wirst du am Ende entlassen. Ja. Mhm. Und mir wird es auch langsam besser. Ich habe jetzt eins der besten Telefone, die so rumfliegen. Ich habe einen 2000-Euro-Rechner. Das darf nur nicht perfekt werden. Wenn ich den letzten Lüfter einbaue, dann geht er kaputt sofort, bin ich mir ganz sicher. Du musst immer eine kleine Baustelle übrig lassen, damit du weißt, es ist die Vollständigkeit. Da wird irgendwie irgendwas passieren. Wenn es fertig ist, wird es kaputt gehen. Ja, du hast es dann auf deiner Halterung schön dran geschraubt und dann stellst du fest, dass irgendeine Schraube nicht richtig war. Und dann bricht dein Monitor runter und du hast einen fetten Riss drin. Irgendwie so was, ja. Ganz sicher. Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Warum nicht? Weißt du, mich kann heute nicht so viel platt machen, weil ich war letzte Nacht so am Arsch, ja, dass heute kann es nicht mehr schlimmer werden. Und war es schön? Ja, ich stehe auf Ärsche. Selin hat einen schönen Arsch, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich übrigens sagen, ich habe zu meiner Frau schon gesagt, den musst du mal versichern. Das habe ich dir ja schon gesagt, also Po musst du versichern. So, ich habe immer noch keinen Sound. Warum nicht? Warum? Muss ich jetzt meinen Rechner neu starten oder was? Warte mal, ich weiß woran. Ich habe das noch nicht schon mal gehabt, das war in der Zeit auch häufiger, dass der Ton dann irgendwie leiser war, auch ein bisschen. Habe ich das Spiel gemutet oder was? So, die Lautstärke mal eben. Ich bin gerade noch im Dingens, so, System, System, Audio, Handleteinstellungen, Logitech. Nö, ich kriege nichts. Also, das Internet abkacken hat dazu geführt, dass ich keinen Sound auf VRB kriege oder was? Ich muss schon lachen, das ist so. Du kannst da doch die Quelle oder das Gerät einstellen, das du nutzt und dann guck doch mal nach der Lautstärke. Welche, da wähle Gerät. Also, ich gehe auf Optionen. Ja, das habe ich schon alles gemacht. Dann gucke ich erstmal auf die Gesamtautstärke, drehe ich jetzt nur so auf 100. Ja. Dann gucke ich bei Musik, Effekte, Umgebung, die habe ich auch alle so bei 20 oder so. Ja, ich habe Gesamt immer nur auf 10 oder so, Musik ist meistens aus. Dann guck ich bei Sound aktivieren drin. Ja. Gut. So schlau bin ich schon, weißt du, das habe ich schon gesehen. Das ist... So, und dann klicke ich jetzt hinterher hier zwischen... Äh, Standard. Ja, es kann genau aussehen. Lautsprecher? Ich glaube einfach, ich muss meinen Rechner neu starten. Ich glaube, dann geht es wieder. Ich muss schon lachen, also. Es ist so richtig, so, komm, da. Ich betreibe dich in den Wahnsinn. die ja klar ich halte man meine Vielleicht hören die da draußen die ganze zeit wasen ich nicht aber ich schätze mal im spiel hört man auch kein an x Ich lalala, spiel hört man auch kein an x Ich lalala, spiel hat man auch nichts. Nö man hört auch im spiel also man hört im stream hat man auch nix Was passiert denn also du schaltest jetzt zwischen hast du verschiedene ausgabegeräte überhaupt Ja, ich hab monitor bla bla die ganze scheiße ich kenne das ja Doch ich höre ja dich jetzt gerade hier nur im spiel nicht ich meine nirgendwo kommt der gänzhorn raus Dann guck doch mal in windows klick mal auf das laufsprecher symbol und guck mal ob da irgendwas aktiviert oder deaktiviert ist was ist denn deine hauptausgabegerät Die boxen wahrscheinlich weiß gar nicht was ich als primär drin hab Wenn ich jetzt Nee ich muss ich glaube ich muss einfach ein rechner neustell ich glaub der hat kraft Dann stört den rechner nur wenn es dich weiter bringt Ach notfalls mit gewalt Ja und seine schwester Ja also machen wir nochmal aus Ichllowen Ich würde es lieb Ja und die Ich würde es lieb Und der Bebia